Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man einen rechten Winkel abstecken und somit natürlich diesen mit einer Richtschnur auch richtig messen und vor allem spannen kann. Wenn du Bock da hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Möchtest du zu Hause zum Beispiel eine Terrasse oder eine Trennwand bauen, dann kommst du in einem 90 Grad Winkel einfach nicht rum und würden wir das Ganze mit zum Beispiel so einem kleinen Winkel hier anzeichnen bzw. abstecken, dann haben wir einfach das Problem, dass wir nach ein paar Meter relativ sicher ein paar Zentimeter Abweichung haben. Hierfür gibt es die sogenannte 3-4-5-Methode, die uns einfach sagt, dass wir ein rechtwinkliges Dreieck erhalten, wenn wir einmal eine Seite drei Teile lang machen, eine andere Seite vier Teile lang und die Diagonale bzw. Hypotenuse ist am Ende dann fünf Seiten lang. Das Ganze kann jetzt zum Beispiel drei Meter, vier Meter, fünf Meter sein oder aber auch drei Bierkästen, vier Bierkästen, fünf Bierkästen. Das ist wirklich vollkommen egal und wenn jetzt aber zum Beispiel einen Meterstab haben und diesen mal komplett ausreizen möchten, dann nehmen wir diese Teile einfach mal 40 Zentimeter. 3x40 Zentimeter wäre auf dieser Seite also 120 Zentimeter, hier oben 4x40, 160 Zentimeter und die Diagonale am Ende 5x40 Zentimeter, 200 Zentimeter. Das können wir mit den 40 Zentimeter wirklich beliebig multiplizieren. Wichtig ist nur, desto größer diese Zahl am Ende ist, desto genauer wird natürlich auch unser Winkel. In der Praxis schaut es so aus, dass ich genau an dieser Stelle mal einen rechten Winkel zu meiner Hauswand haben möchte, weswegen ich mir hier mal eine Markierung mit zum Beispiel so einem Erdnagel mache. Nun messe ich mir von dieser Stelle genau 1,60 Meter an der Hauswand entlang und kann auch hier eine Markierung setzen. Als nächstes können wir unsere 1,20 Meter von der Hauswand hier hinten mal wegmessen und jetzt bitte schon darauf achten, dass der Meterstab in etwa im rechten Winkel zur Hauswand steht. Das Ganze können wir entweder mit etwas Erfahrung optisch überprüfen oder natürlich auch so einen kleinen Winkel einfach einmal hinhalten. Wenn es dann ungefähr passt, dass wir natürlich am Ende nicht zu viel nachkorrigieren müssen, dann sollten wir uns bei 1,20 Meter mal noch eine Markierung dementsprechend einfach hinlegen. Zum Schluss müssen wir unsere Diagonale noch richtig anlegen. Ich sollte das Ganze jetzt übrigens nicht bei meinem Eisen hier vorne machen, da natürlich ich von meiner Hauswand auch vorhin die 1,20 Meter schon weggegangen bin, weswegen ich mir hier hinten nochmal mit einem Bleistift eine kleine Markierung gemacht habe. Und jetzt gebe ich meinen Meterstab hier hin. Dann schaue bitte, dass ich mich auch für eine Seite hier entscheide, da wir sonst auch wieder eine Abweichung haben. Ich habe mich für die rechte Seite hier entschieden. Und mein anderes Meterstabende kann ich mal so lange verschieben, bis sich hier vorne der Meterstab jetzt mit meiner 1,20 Meter Markierung überschneidet. Und dadurch habe ich jetzt auch schon den richtigen Schnittpunkt, wo am Ende mein 90 Grad Winkel zur Hauswand steht. Den Schnittpunkt markieren wir uns natürlich auch nochmal mit einem Eisen. Und ich kann wie in einem extra Video gezeigt meine Richtschnur mal richtig spannen. Und somit haben wir auch schon einen rechten Winkel zu unserer Hauswand einmal richtig abgesteckt. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens Erdnägel, eine Richtschnur oder natürlich auch einen Meterstab zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Hochschule Wasser Hochschule Schl게 Hochschule 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 Vielen Dank.